Hallo liebe Monster High Fans, hier ist wieder Monster Rias. Heute mache ich das Video meiner Monster High Sammlung. Los geht's. Fangen wir an. Hier ist Laguna und Cleo in zwei Packet Scaries. Sie haben hier eine Tasche, einen Ständer, also zwei Ständer haben sie und so zwei Bilder. Und ich habe Cleo umgezogen. Und Laguna hätte eigentlich hier noch ein pinkiges Oberteil, aber ich kann das leider in den Stamm ziehen, weil das geht nicht. Hier ist Claudine. Sie hat hier eine Tasche, ihre Katze, einen Kamm, einen Ständer und ihr Tagebuch. Ja. Und ich habe sie auch umgezogen. Ja. Gib mir weiter. Hauline. Sie habe ich von 13 Minuten schon. Ich habe sie auch umgezogen. Sie hat eine Handtasche. Also, ihr habt hier einen Kamm und ihr Tagebuch. Mach mir weiter. Hier ist Deuce. Deuce, ja. Er hatte eigentlich noch eine Tasche, aber die habe ich jetzt gerade nicht gefunden. Ja. Und ein Ständer hat er auch nicht. Ja, eine Tasche. Ja. Gehe weiter zu Frankie. Sie ist basic. Sie hat eine Tasche, ein Haustier, ein Kamm und auch jeden Tag wo. Und ich habe sie auch umgezogen. Weiter geht's mit Abby von Scaries. Hier hat sie eine Handtasche und einen Ständer und das Kleid von Cleo an. Und Claudine hat das Kleid von Abby an. Ich habe sie jetzt einfach so umgezogen. Dann machen wir weiter mit Draculaura. Scaries mit einer Handtasche, der Rock von Claudine, das Oberteil von Laguna und ein Ständer. Ja. Hier sind meine zwei Dance-Class. Einmal Operetta mit ihrer Tasche und kein Ständer. Und hier ist Rebecca mit einer Tasche und auch kein Ständer. Also es sind kein Zweipack gewesen. Also sie ist dein Sohn und sie ist dein Sohn. Ich habe sie jetzt einfach nur zusammen getan, weil sie weiter Dance-Class sind. Ja. Ich weiß nicht genau, ob es Dance-Class heißt. Ja. Mach mich weiter mit Create a Monster. Ich habe hier die Hexe. Ja. Und hier ist die Katze. Und hier ist die Katze. Ich muss hier noch Kleider anziehen. Ja. Eigentlich hat Frankie das Oberteil von Jan. Oder von Nino. Ja. Ja. So. Gehen wir weiter zu meinen zwei ganz neuen. Einmal sie hier an. Die Katze wird von Lichten aus Russland mit einer Kamera mit so einem Schnipdings und Tagelbuch und Ständer. Hier ist die Spinning mit einem Kamm mit ihr Schminkzeug und ihr Tagelbuch und kein Ständer. Ja, das war meine Monster High-Sammlung. Aber jetzt zeige ich noch, was ich sonst noch alles von Monster High habe. Das zeige ich euch jetzt. So, hier ist alles von Monster High, was ich gefunden habe. Einmal ein Freunde-Buch. Ein Monster High-Buch. Eine Party zum Verlieben habe ich. Hier ist so ein Schmink-Koffer. Habe ich jetzt Schmink-Koffer angetan. Und hier drei, wo ich gezeichnet habe. Einmal Laguna, einmal Cleo und einmal Claudine. Und hier noch vier Zeitstiften. Ja. So, so, so. Und ich habe noch eine Frage. Welche findet ihr am schönsten, am schönsten, welche ich gezeichnet habe? Entweder Claudine, Laguna oder Cleo. Einfach in die Kommentare schreiben. Und so sieht es aus, wenn es alles aufgestellt ist. Hoffentlich hat es euch gefallen. Und bitte in die Kommentare schreiben, welcher ihr am besten findet von den dreien. Claudine, Laguna oder Cleo. Und tschüss.